Willkommen vor dem Tor zum Warp. Heute gibt es das erste Let's Play zu Total War Warhammer 3. Ich spiele Kislev und schauen wir mal, was wir so alles erleben. Es ist ewig her, dass ich den Zweier gespielt habe. Ich freue mich auf den Dreier und genießt es. Kommentiert, liked, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, Väterchen Nörgel möchte es gerne hören und vergesst nicht, die Wege des Wandels sind unergründlich. Ausatmen Kislev Our motherland is dark A dark winter devours our fairer seasons It has been custom for our god Ursan, the great bear to break each And I 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 Okay So Aber wir können uns nicht mehr bewegen Ja das wissen wir ja schon Okay Okay Da trümern aber ein Also auf einen schon ziemlich viel Information ein Okay So Reicht das noch? Ja Wow Sehr gut Sehr gut So Oh Das Kislev Lager Okay Gut Ja Juri We should build a camp Nein The order has been given But the camp will take time Okay Wir speichern nochmal zwischen So Und dann machen wir weiter Bau abgeschlossen Sehr gut The camp protect us But what of our supplies We keep them safe Build a storehouse Also eine Lagerhalle bauen Prinz Juri So Und jetzt nochmal eine Runde warten Also Wenn die Informationen Und nicht auf so ein Einprügeln Dann ist es doch ein bisschen Entspannter Ist überhaupt Werden Chat drin? Versteht man mich gut? Versteht man das Spiel gut? Schreibt mal ein Plus rein Juri Juri Okay Gut Wählen sie das Banner Eures Kommandanten In der Kislevischen Zuflucht Aus Und bewegen sie ihn Nach Norden Na dann machen wir das doch mal Vorher nochmal kurz speichern Man ist ja ein wenig feige Und dann Hat er aber nicht eben Ne Man kann nicht produzieren Noch nicht Was wollen wir machen? Die unschuldigen retten Den Wolf bestrafen Hm Ich denke mal Der Wolf gehört zum Bär Also Lassen wir ihn lieber in Ruhe Und Werden die unschuldigen retten Okay Was haben wir? Mission erteilen Rettet Rettet die Siedlung Leuchtfeuer Das ist nicht die hier Ärger in Leuchtfeuer Eigenschaft erhalten Führungskraft Ich meine das war früher ein bisschen anders Aber naja Schau mal Klicken sie am Ende der Runde Auf Beenden Oder gut Aber wir wollen ja weiter nach vorne Auch noch Machen wir hier nochmal Ziele in der Ansicht Aha Auch nicht schlecht Ja ja Ist gut Ich hab's verstanden Danke Geht noch ein bisschen Millimeter Perfekt Ihr solltet eure Ausrüstung anlegen bevor ihr Richtung Norden reist Ja dankeschön Was haben wir denn für Ausrüstung? Uh Rüstung Unterstützung Ja Das glaube ich schon Und da ist er an Was haben wir noch als Unterstützung? Ein Pfarrer Uh Sehr gut Wir haben einen Pfarrer bei uns So Dann speichern wir nochmal Muss ich nochmal gucken was das für auf der Schnelltaste ist Uh Video So Jetzt kommt bestimmt noch irgendwo ein Tutorial Gut Wir speichern hier auf jeden Fall nochmal ab Man ist ja feige Und Ja Schauen wir mal weiter Na Spiel fortsetzen Oha 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 Eigentlich wurde sie nicht unbedingt Die Einzel Kämpfe Machen Aber Manchmal lässt sich das erscheinend nicht verhindern Nochmal ganz kurz ist die Lautstärke von euch okay oder muss ich ein bisschen höher oder runter Ähm Ähm Tränen Die 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 Wie Die Die Okay, ziehen Sie die Maus und gedrückt halten. Ähm... Boah... Schande anke. Also auf jeden Fall müssen wir uns mal über eine bessere Position unterhalten. Was? Bewegen Sie die Kameras, die klicken auf die... Ändern Sie die Höhe. Ja gut, okay, das weiß ich ja. Hallo? Oh... Achso, ich bin so doof. Ich bin wirklich so doof. Oh... Also wenn da jetzt nicht irgendwas passiert, kriegen wir ganz ordentlich auf den... Bobbis. So, der Wolf zeigt sich selbst. Tannen fangen auf die Defender. Wenn der Verrschung vorbei ist, werden seine Krieger gut attacken. Akt schnell. Ich bin wirklich. Ich bin wirklich. Ah, das ist nicht. Das ist nicht. Die Defender brauchen unsere Hilfe. Wir müssen sie erreichen. Was ist das? Da, in den Baum. Eine Arme. Die sind die Kislevs. Das sind die Grenzen. Das sind die Arme. und combine our strength. Select your own unit in order to rejoin your forces. Jetzt ganz kurz nur was speichern. Ah, nein, geht nicht. Okay, gut. Now issue a move order towards your troops. The soldiers are assembled and await your arrival. Your place is amongst the warriors. Your presence grants them courage before the enemy. Eh, platzieren sie unter euren Kriegern bloß gegen Matyaku. Das ist ja die Moral. Das ist richtig. So. Anpassen. Also was wir am besten machen können, den bis den einfach in den Rücken fallen. Buh. Einheitenaufstellung. Halten sie die Leertaste gedrückt um mit der Zielausstellung. Okay. Okay. Oh, ich kenne das irgendwie. Oh. Anpassen. Oh. 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 So. 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 Und die müssen wir abfangen. Bleibt spannend. Lass mal Bistra, Davai! Nee, Bistra, Bistra. Ähm, ob ich den jetzt so umgetümmelt haben will? Oder irgendwelchen Stopp-Wach-Modus. Na dann schauen wir mal. Oh, die gehen gut runter. Okay, gut. Aber die können sich auch wieder sammeln. Oder ist es jetzt anders da wie in 2er? Es geht um weiter. Lesen kann ist kein Vorteil. Wir brauchen die Reichweite ihrer Bögen. Gut. Dann wollen wir mal die Aufstellung besprechen. nach oben. Ah. Wir bringen uns erstmal in Position. So. 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 Ich glaube, das wäre zu weit weg. Was haben wir hier? Angriff. Einheiten auswählen. Mehrfachauswahl. Stellung. Das ist klar. Und Space-Anzeuge. Ah ja, genau. Das habe ich gut. Plänkler umschalten. Feuer. Feuer, Feuer mit Feuer. Feuer mit Feuer. Können sie Einheiten nach eigenem. Ja. Schön. Toll, dass die verteidigt sind. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So. Und das war jetzt. Information. Das geht aber nicht. Das ist doch einfach. Da hab ich gleich. Ach. Die ziehen sich erstmal zurück, aber die greifen die hier an. Die hier greifen auch die an. Und er errascht da rein. Was... was du tun? Was machen die? Der Land's Feinest! Der Land's Feinest! Der Land's Feinest! Dismabites, moving! Obey the orthodoxy! So, und der müssen wir auch noch mal rein tun. Was ist das denn? Ja... Gekuddel! 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 Oha! Gekuddel! 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 Aber dass die Kamera so fixiert ist, ich hätte sie ab und an mal gerne ein bisschen gedreht gehabt, wäre schon von Vorteil. So, na gut, ich hätte den Schwerträger in die Mitte setzen können. Und Angriff! So, hier werden wir hier noch ein bisschen... ...die einen decken. Sehr gut, dann hören wir sie jetzt bullen, das ist auch toll. Ja, sehr schön. Achso, oh Gott, ich bin so dämlich. Na endlich, toll, wunderbar. Hurra, hurra. Ähm, okay, dann greifen wir die an. Und mit denen greifen wir die an. Boah, was ist da? Du hast doch irgendwas. Ramm mir da einfach hier einfach rein. Nur wenig schießt die auffallen. Da sind wir ja auch mal beruhigt, dass die nichts machen. Da sind wir ja auch mal beruhigt, dass die nichts machen. schwert! Wir gehen um noch die einfachen Wirken. Die Flasen sind noch tot oder gejagert. Wir halten das Personal. Wir sind die Wäste. Wir sind die Wäste. So, schauen wir mal. So, was sagt er uns dann? Oh, so ein bisschen angefischt. Juhu, eine tödliche Wunde haben wir gekriegt. Jetzt gibt es bestimmt erst mal wieder tausende von Erklärungen. So, nein. Das ist doch. So. Ich hoffe ihr hört noch was. Ihr müsst mir übrigens ab und an mal ein Feedback geben, ähm, was wollen wir mal machen? Entscheide was mit den Gefangenen passiert wird. Ähm, Knechtschaft, Armee verstärkt 34% oder Geld? Nein, wir löschen die Korruption des Chaos aus. Wir brauchen die Kohle. Wir brauchen die Kohle. So. Einen Kartograf haben wir gekriegt. 5% Geschwindigkeit. Not bad. Die waren eh ziemlich langsam. Wie gesagt, wenn ihr mich nicht versteht oder wenn da irgendwas, ähm, doof ist, äh, von der Soundeinstellung oder so, einfach mal ein Plus rein. Okay, wählen sie Prinz Juri aus. Nein. Okay, gut. Ja, das wissen wir. Ja. Das sind die Kosten dafür. Die Unterhaltskosten. Und, ich glaube, das ist das Elite-Zeichen. Ach, nee, das sind die Menge. Äh, zwei Stück machen wir mal. Ach, zwei von drei. Ich hätte sogar nur zwei gemacht. So. Wir schließen wir. Ähm, im Normalfall ist es eigentlich immer besser. Den wollen wir auch noch mit reinholen, den Kartografen. Äh, dass man in der Stadt sich ausruht. Gut, die Frage ist jetzt hier nur, ist es so gewollt? Dann kann man da rein. Okay, gut. Ah, ich bin zu. Ja, alles klar. Okay, tut mir leid, tut mir leid. Die Armee grows. You soldiers eager to fight. They will see battles soon enough. The spirit of madness, Freya. Ui. Sterneisenring. Yuri. Should we stay here and let the soldiers rest? No. We follow Skold and Thrail. He must not get away. Okay. Gut. Okay, in den Norden. Und das wäre hier. Die Frage ist nur, lohnt es sich hier nochmal reinzuschauen oder einfach geradeaus weiterzugehen? Wieso sollte ich hier nicht ausbauen? Wüsste ich jetzt nicht. Ach, das ist schon. Und das ist auch schon. Okay. Ja, aber ich würde gerne nochmal eine Runde überspringen. Ja, wusste ich es doch. Und wir speichern nochmal ab. So, Vergeltung. Okay. Da kann mit Sicherheit auch nochmal eine Runde warten. So, schon fertig. Hm, machen wir noch eine Runde. Ja, 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 ja. Mach mal. Ja, 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 ja. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist eigentlich so die beste Taktik gegen NPCs. Ja, das ist eigentlich so die beste Taktik gegen NPCs. Ja, das ist eigentlich so die beste Taktik gegen NPCs. Das Spielfeld ist eine Waffe, die wir gegen die Falle benutzen können. Sie haben die Krieg gegeben, also die Ehre ist auf sie, um sie zu attacken. Use das für unsere Vorteile. Unsere Krieger können hier hinter uns schlafen. Schau dir selbst, wie die Truppen veröffentlicht sind. Ja, das ist mir auch klar. Ja, das ist mir auch klar. Das ist die Munitionsleiste, ja. Okay. Alles klar. Wunderbar. Okay, stellen Sie mich auf die Anhöhe. Ja, das ist mir auch durchaus klar. Ah, jetzt... Was war das jetzt? Ah. Jetzt, endlich, kann ich die scheiß Kamera bewegen. Ich bin entrückt, äh, komplett entrückt. Was war das, glaube ich, die linke Maustaste? Ja, genau. Äh... Entschuldigung. Erstmal wähle ich sie aus, bevor ich das Gefecht erscheint. So. So. Also es muss immer... Sind die Pfeile richtig? Ja. So, lass mal gucken. Hier haben wir Rückendeckung. Und da haben sie auch noch Rückendeckung. Das heißt... Oh. Oh. Ja, ist okay. Okay. Ja. Also irgendwie nervt das Tutorial. Also... So ein Pennet... Äh... Einheiten... Zufälligkeit. Oh, das war... Oh. Also irgendwie... Oh. Bin ich jetzt gerade ein bisschen angenervt. Oh. So. So. Wir werden trotzdem noch... Die sollen jetzt erstmal da hinten sich hinhalten. Und die hier... Die gehen jetzt bitte... Auf diese blöde Anhöhe. So. Was ist mit denen hier? Die tun wir hier hin. Ah, nein! Die Idioten. So. Und die hier... Lange Linie. Alter! Was ist... Ne. Wir müssen hier hin. Die Situation kriegen wir schon noch unter die Kontrolle. Aber es ist gerade endlos nervend. Die Hauptgruppe der Fehlversorgung kommt. Ich versuche einige Einheiten, um sie zu treffen. Arme Kosser! Die hier gehen wir jetzt hier hin. Dann zerrt sich das Ganze jetzt mal so ein bisschen. Gut. Jetzt leckt es gerade. So. Den hier hin. Die sollen schon... sich auf die... Komm schon. So. So. Komm schon. Und Angriff. Die werden jetzt nicht die Verfolgung aufnehmen. Ich sehe mal, dass wir die noch näher herankommen. Die sollen jetzt weiter hier hinten draufballern. Was ist mit denen? Haben die sich gesammelt? Nein. Sieht nicht gut aus. Die laufen jetzt mal hier hin. Okay. Leckt ein bisschen. Ob das so eine geschickte Idee ist, sich da durch zu wühlen. Okay. Die machen hinten um an. Und... Ne, pass auf. Die greifen die an. Und die sollen auf den schießen. Ich hoffe nur... Also ich muss ganz ehrlich sagen, im Augenblick glaube ich... mehr, dass ich mehr Glück als Verstand habe. Aber es sieht schon mal gut aus. So. Hopp. Machen wir sie wieder. Wir haben zwar keine Kavallerie, aber... So. Fangen wir noch. Schauen wir mal. Was soll ich mit Orsan tun? Heißt das überhaupt so? Ne. Was würde Orsan tun? Nein. Keine Gnade. Chaos ist pfui. Okay. Danke. Ja. Ein Level Up. Inspirierende Gegenwart. Das sind die Schüsse. Das ist die Aufwertung. Was haben wir hier? Legendäre andere Rekrutierungskosten weniger. Nicht unbedingt. Verlust. Blitzschlag. Was haben wir hier? Das ist ein Reiter. Abrang 8. Automatisch verfügbar. Abrang 12. Was haben wir hier? Hier wohl. Ach. Okay. Alles klar. Jetzt checke ichs. Haben wir das jetzt nicht schon gehabt? Haben wir das jetzt nicht schon gehabt? Uff. Das ist... Klingenmeister. Nahkampf um Angriff in Spinning. Es ist unglaublich wichtig, dass der Charakter eine inspirierende Gegenwart hat. Weil die Moral ist in dem Spiel wirklich wichtig. Zumindest mal. Ski. Bis zum Beispiel. W predators. Als nächster durchsäמה Angnifest muss. Wohne für diesen Schöldern. Eine Zorn kirch stehen, an rnapen. Wohne Wies werden. Bis zum cough. Das ist ein Misch? Bis zum weiss! G Zug im Wies Mira. Das ist Wies. Was könnten? schon mal beeindruckend dann so aber nichtsdestotrotz wir schweichern erst mal so keine neue missionen wie sieht es mit der kann man da nicht noch was auch da würde ich noch mal frei lassen vielleicht kriegen wir noch was ach freuen sie die festung der wegen gerade ich würde aber gerne mal wissen ist da überhaupt was kann man da hin es gab immer früher so so kleine spots wo man hingehen konnte und irgendwas gekriegt hat ob es das jetzt hier auch noch gibt ich habe keine ahnung ein augenblick bitte so wenn ihr informationen zum thema benötigt ja ja das weiß ich auch jetzt schon north always north there i see it at last der die dann speichern wir nochmal ab dann drücken mal und schauen was passiert war es das schon ernsthaft klingt so ich weiß nicht mehr gut das ist ein Tutorial ich weiß nicht ob das so sonderlich gut ist es hat fallen into ruin blacken by those that defile its halls it has become the den of the wolf na dann mal weiter jetzt endlich würde ich wie vorhin auch machen ein bisschen besser aufstellen ok also lass mal schauen wir haben jetzt zwei Zugangswege das heißt man muss sich hier alles durchschlachten ok also erst einmal machen wir die gesunden hier hin so und die etwas fertige machen wir mal kurz nach hinten wir hatten irgendwie noch zwei Schwertkämpfer dabei ja genau einmal hier hin kriege ich mal eine andere Formation hin ach Gott ich muss näher ran so machen wir den Block hier dann kommen wir besser oh was war das jetzt für ein Geräusch ähm Moment ganz kurz klang wie ach sowas nur ok ok da haben wir jetzt erst noch die zwei dann haben wir noch irgendwo einen angeschlagenen Trupp von Speerträgern nein eigentlich nur Fernkämpfern ok dann nehmen wir die da und dann sagen wir mal bisschen breiter so ok ok gut die nächsten so äh mal gucken kriegen wir sie noch ein paar Millimeter nach vorne nein die wollen nicht noch weiter nach vorne ja dann nehmen wir die da so ein bisschen Luft zwischendrin lassen so so ja kommt so leicht Fanatiker so ähm die kann man tatsächlich hin nein nochmal zurück so ok gut jetzt die hier dann nehmen wir hier und ich würde ganz ehrlich sagen den stecken wir hier rein ok ok gut ja ach Männerhachen ähm bleibt mein Gefecht starten klicken sie auf äh können sie auf G Hauptcase machen ok alles klar ist Gruppe 1 und äh klicken sie ok Gruppe 2 alles klar ähm ok gut ah da oben ist es ja mit dem laufen ok gut ähm wo was kommt da denn eigentlich gar nicht immer so verkehrt dass wir hier so ist man gleich noch mal das da die hier werden sich jetzt schon mal dem hier die müssten damit fertig werden die haben hier ein helden drin da fällt irgendwas aus dem rücken raus die müssen sich drum kümmern das ist natürlich jetzt eklig das schaut doch schon mal gar nicht mal so verkehrt aus aber ich glaube es ist immer noch ziemlich weich so lassen wir die mal ziehen und gehen hier hin die frage ist wie wir die hier dran kriegen wollen laufen wir daran vorbei so schaut schon mal gut aus wir gehen hier hin haben die noch viel chance irgendwo auszubrechen ja natürlich da lauern sie doch die arschkrampen lassen wir die erstmal in die position laufen und dann gucken wir mal ob man sie ködern können oder ob das kippt so ist dass man sie ködern kann ok siehste sie kommen schon wieso in gottes namens nicht warte mal na kampfeinheiten vorne alter naja ach ja das wollte er nicht mehr so jetzt hat das sieht es besser aus so und der hier auch ab ins getümmel hallo so ach ok ich muss mich jetzt auch noch da durch prügeln ok gut das sah jetzt nicht so aus aber schlauer ist man immer wenn der mauszeiger drüber ist die hier haben wir anscheinend gar nichts zu tun wenn wir die seite angreifen sie auch warte muss man sich hier so durch nicht kämpfe aber ich würde die hier vorher gerne ködern ach sie schlafen sie nur noch und das denn so jetzt können wir die hier unten noch aufmischen aber dann würden wir ihn prüllen ach komm nehm mal mit erstmal hier hin und hier auch da kommen alle nach vorne jetzt läuft der doch außen rum ja gut die können mit dem fertig werden was für was für ein chaos da greift die an und hier greift die an und hier greift die hier an ok ok sieht doch schon mal gut aus Der Sieg ist nah. So, haben wir hier noch jungen Slime. So, dann lassen wir erstmal sammeln und danach gehen wir mal rein. Mal gucken was dann passiert. Ob wir noch einen Dämon kriegen oder irgendwas anderes. Fieses passiert. So, also ok. Attacke. Oh, ziemlich verblutet. So. 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 Er ist abgenippelt. Ernsthaft jetzt? Bin ja mal gespannt, wie das ausgehen wird. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja toll. Ja, Wahnsinn. Juri verbessert eine Eigenschaft oder erhält eine neue. Juri verbessert eine Eigenschaft oder erhält eine neue. Starke Klinge, scharfe Klinge. Nehmt das Schwert, es wird Kislev verteidigen. Nehmt das Schwert, es wird unsere Feinde erschlagen. Wir nehmen verteidigen. Ja, so. Lege die Schwert. Die Weapon ist Kurs. Die Blade ist zu schwer, zu werden. Du hältst Schäden in deine Hand. Ich hältst Schäden in meine Hand. Nichts mehr. Die Schäden in meine Hand. Baut ein Totem des Ursums. Okay. Ursum. Aber erstmal fahren wir mal hier hin. Wolfsfluch. Punkte habe ich auch keine mehr. Okay. Ja, ist ja okay. Ach, da unten. So. Dann machen wir noch die Runde durch. Der Vengard wird verabschiedet. Ja. Du warst richtig. Der Tainte von Chaos riecht. Der Vengard ist wirklich liberiert. Mal wieder. Die Licht der Kislev schlägt. In der Schmerz des Chaoses. Der Vengard ist frei von Tyranny. Der Vengard hat die, die in Hidung getroffen. Die zurückkommen zu uns. Frostmaiden. Wir sind froh, dass wir einen Magik-User finden. Frostmaiden. Okay. Gut. Helfen können. Aktionen. Da kann man den Karten ausführen ohne Eröffnung. Schlachtfeld. Ah, da ist sie. Ich kontrolliere die Frosts. Okay. Helfen hinzufügen. So. Ja. Die haben wir ja ausgewählt. Zorya, the Frostmaiden, recounted the fall of Der Vengard. Der Vengard. Der Vengard, Slavin Kearns, fell into madness. Painted by the Dark Gods, his Iron Will tempered into an endless want for power. The Buoyar abandoned the stronghold. No, I don't know. I don't know. I don't know. Der Vengard. Der Vengard. Der Vengard. Der Vengard. Der Vengard. Safe. Erson confides in me. Der Vengard. 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 Das sieht gut aus und wünsche allen Beteiligten einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.